In jedem gesunden Menschen steckt was Krankes drin. Man muss es halt nur finden, wir schneiden uns dort hin. Was ist im Privat versichert, das ist grandios. Machen Sie sich nackig, wir legen sofort los. Da müssen wir operieren, da müssen wir operieren. Die Fallpauschale stimmt perfekt, da muss ich ja Zeit verlieren. Da müssen wir operieren, ja, da müssen wir operieren. Sonst werden Sie in der nächsten Stunde, das müssen Sie doch spüren.